Wenn ich schon wieder die Flammenwerfer da oben sehe. Jo, genau. Jetzt wird es aber richtig räudig. Und da kommen gleich wieder den nächsten und ich habe den Turm mit richtig gesetzt, der gleich den nächsten Wachtturm bauen. Vor allem, das hört ja gar nicht mehr auf. Oder hätte ich da runter gehen müssen zum Bauen? Ich glaube es nicht. So, ich bin mir entschlossen oder unentschlossen. Wie mache ich jetzt am Schluss weiter? Ich bräuchte mehr Ressourcen und das schnell. Ich bräuchte aber auch Panzer und sonstige Sachen. Energiemäßig habe ich noch 45 übrig. Ne, komm, eine zweite Raffinerie. Die dauert auch ziemlich lange. Ich muss mich auf den Angestankrenner, die haben die zwei Wachtturme verlassen. Sammle erstmal alles, was hier in der Nähe liegt. Das war echt schon böse. Aber auch hier wieder, um es nochmal schnell anzureißen. Die mächtige GDI. Wieso kriege ich sechs Grenadiere und ein Baufahrzeug? Wer hat denn da die Versorgung sich ausgedacht? Nicht aufgedecktes Gelände, das ist richtig. Dann können wir da noch hingehen. Oh, vielleicht finden wir da irgendwie nochmal ein bisschen Geld oder so. Aber diese Heilkugeln, ich weiß gar nicht. Die haben wir, glaube ich, einmal in der Mission gefunden. Ansonsten sind die, glaube ich, eher bei Alarmstufe rot aufgetaucht. Dass man einmal drauf tritt und alle Einheiten auf der ganzen Karte werden geheilt. Also alle eigenen natürlich. So, ganz, ganz schnell. Jetzt, das könnte eventuell reichen. Ich habe nicht verfolgt, wie viel Geld wir noch haben oder brauchen. Aber es schaut gut aus. Wunderbar. Da kann der auch jetzt da vorbeifahren. Das ist, oder? Kann der da vorbeifahren? Ich glaube, er kann da vorbeifahren. Wunderbar. Jetzt haben wir zumindest schon mal zwei Stück. Als nächstes wirklich... Ne, als nächstes eine Kaserne. Äh, Quatsch. War zwar auch ein Wort mit K, aber falsch. Ein Kraftwerk hätte ich nochmal. Ganz gerne. Und danach brauche ich Panzer und Funk und Helis. Schieße für die Bombe auf die. Die machen mehr Schaden an einem Gebäude. Vielen Dank. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, schon dabei. Sofort, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. Gatemittel in Ordnung. Reparatur los. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Präparatur läuft. Okay, halbwegs taktisch gelöst. Den Panzer konnten wir jetzt noch besiegen mit zwei neuen Einheiten. Und das ganze andere Zeug, was da mitkam. Wird aber auf Dauer nicht so bleiben. Präparatur läuft. Gleich mal hier alles mit reparieren. Wobei erstmal lieber nur die zwei Türme, die hier brauchen am meisten erstmal die Unterstützung. Malweise die volle Lebenspunkte. Wäre wirklich sehr schön, wenn da unten noch viele Ressourcen wären. Dann müsste ich nämlich nicht nach da oben weiter kämpfen. Weil momentan geht echt sehr viel drauf, um hier wieder Fuß zu fassen. hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Die wollen nur auf uns schießen. Okay, ich glaube, das sind bloß Leute, die temporär da sind. Jetzt kommen da wieder welche. Da unten loggen wir quasi auch Leute an. Gut zu wissen. Oh, jetzt kommt da so ein Flammenwerfer-Ding. Boah, das macht halt böse Schaden an Gebäuden. Was? Was? Wie willst denn du diese Maschinen da aufhalten? Schau mal, was die für Schaden machen. Jetzt kommt da noch ein Panzer angefahren. Nee, so wird es da nichts. Oh nein, ich habe das letzte... Ich habe schon wieder das Speichern vergessen. Ah, ich habe schon wieder das Speichern vergessen. So viele gute Dinge jetzt hingelegt. Ich werde das Speichern vergessen. Das gibt es nicht. Boah, ärgert mich das. Egal. Wir müssen hier weitermachen. Ich weiß, es gibt hier Ressourcen. Wir werden uns eine Raffinerie holen und dann direkt eine Waffenfabrik. Und dann werden wir uns da BMTs holen, beziehungsweise auch Panzer, um das da ein bisschen gegensteuern zu können. War aber auch falsch von mir, dass ich da zuerst auf eine Wirtschaft setzen wollte. Nee, du fährst weiter vor. Du kommst wieder hier zurück. Ach was, das sind die von unten, die ich jetzt aus Versehen her gelockt habe, oder was? So, Thema erledigt. Raffinerie. Das sparen wir uns erstmal, das Separieren vom Bauhof. Das kommt dann wieder. Eine Kaserne für den Wachturm. Den möchte ich auf jeden Fall noch haben. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Achso, und da oben werden wir uns auch gleich wieder zwei, drei Leute anloggen, wenn der hier sammeln fährt. Siehst du, da sind sie auch schon. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Wunderbar. Wird gebaut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. So, als kleinen Trost erstmal hier speichern. Wird gebaut. Wobei diese Flammentanks auch wirklich sehr stark sind gegen Einheiser. Deshalb machen wir hier an dem Schaden am Gebäude gesehen. Und man hat es gesehen, wie der meine Einheiten weggeknatscht hat. Aber er hat auch viel Schaden selber durch Panzerung bekommen. Also quasi so eine Glaskanone, wenn man will. Macht viel Schaden, ist aber selber sehr zerbrechlich. Da müsste ich gucken, dass man das irgendwie noch für uns verwenden könnte. Im Sinne von rausfokussieren, gleich wegmachen die Dinger. Wenn die da selber angefangen kommen. Und das war jetzt alles andere als schön. Unsere Basis wird angegriffen. Geldmittel unsereichend. Der steht genau ein Feld weit weg, dass er nicht drauf schießen kann. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, die Reparatur läuft eben nicht mehr. Und zack, wieder den Turm von uns. Also ein Mist. Mist, Mist, Mist. Ich hätte die Waffenfabrik wahrscheinlich abbrechen müssen. BMT oder Panzer? Ne, wenn dann Panzer. Die BMT-Aufgabe wird momentan von den Wachtürmen gemacht. Der nimmt mich hier echt ordentlich in die Zange. Aber egal, jetzt, sobald er... Warte mal, das machen wir anders. Ich brauche den Turm vorher. Vielleicht reicht es. Ne. Aber... Vielleicht haben Panzer wieder einen Auftrag gegeben. Vielleicht brauche ich auch wirklich ein, zwei Raketenwerfer. Die sich dann, oder die sich dann um das Ganze kümmern. Oder mit unterstützend kümmern. Und absetzen den Tank her mit den Ressourcen. Vielen Dank. Ich warte jetzt noch, bis ich den Panzer habe. Und dann würde ich mal eine zweite Raffinerie versuchen wollen. Dann können wir hier auch wieder schneller sammeln. Jawohl, schon dabei! Warum auch immer seine Angriffe momentan irgendwie... Ja, nicht direkt ausbleiben, aber anscheinend doch sehr viel weniger geworden sind. Ob die sich durch eine zweite Raffinerie gezwungen sehen, mehr anzugreifen? Oh, ne, 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 ne. Da sagt es eher, ich kriege nochmal ein Kraftwerk. Das hier war blöd gebaut, ne? Das hätte ich eins nach links setzen sollen. Naja, okay. Jawohl, sage ich auf! Vor allem darüber wird der Geheimdienst auch nichts gesagt, dass sie jetzt so einen Flammenpanzer haben. Vielen Dank für keine Information. Wird gebaut. Jawohl, sage ich auf! Brecher auf! Möglichst unerfällig bleiben, sich vom Feind nicht entdecken lassen, sonst ist hier gleich wieder richtig die Hölle los. Was die trotzdem für einen Schaden machen, das ist schon... Ja, auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite ziemlich nervig. Aber das ist okay, wir halten das jetzt erstmal so. Kann sein, dass es der Panzer nicht lange machen wird. Vielleicht müsste er irgendwie versuchen, diesen einen Flammenpanzer irgendwie zu knacken. Aber gleich soll der Mähgeld reinkommen. Jawohl, sage ich auf! 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 Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Reparaturluft. Und der Panzer ist fast kaputt. So, ich habe jetzt nochmal ein Speicher angelegt. Wenn jetzt gleich dieser Flammenpanzer kommt, werde ich den laden, Raffinerie abbrechen und gleich nochmal einen zweiten Panzer rausziehen. Weil ich glaube, der kam doch direkt danach. Da kam jetzt nochmal ein Panzer oder nochmal ein Geländefahrzeug und dann nochmal so ein Flammenpanzer. Vor allem soll es dieses Mal wieder nicht reichen. Und so viele Ressourcen haben wir auch nochmal da liegen. Ich poker, wie gesagt, darauf, dass wir da unten noch mehr Ressourcen haben. Dann werden sie wahrscheinlich meine zwei Leute hier wieder gegenseitig blockieren, wenn sie da langfahren sollen. Jawohl, sage ich auf! Jawohl, sage ich auf! In Ordnung! Jawohl, sage ich auf! Ihr seid MG-Schützen. Wie könnt ihr denn so viel Schaden an dem Panzer machen? Ja, okay. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, sage ich auf! Ja, genau, jetzt kommt er nämlich. Genau das habe ich befürchtet. Und von da kommt... Jetzt kommen da auch nochmal zwei Panzer. Wie soll denn das bitte funktionieren? Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Absolut gar nichts. Wir werden hier laden. Sofort die Raffinerie abbrechen und uns... Nein, zwei Panzer holen. Abgebrochen. Gestoppt. Dann müssen wir da die zwei Panzer irgendwie knacken und diesen Flammenpanzer. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen, die Raffinerie aufbauen zu wollen. Vielleicht ist dann erstmal wieder Ruhe. Dich muss ich weiter hinten dann halten, damit du nicht das Ziel von irgendwelchen Angriffen wirst. In Ordnung. Konstruktion fertig. Jawohl, sage ich. In Ordnung. Das können wir noch für den zweiten Panzer reichen. Ich kann natürlich auch anstand der zweiten Raffinerie noch einen zweiten Tiberium-Sammler einfach bauen. Der dauert zwar an sich ein bisschen länger. Gut, die Zeit sagt ja nichts aus, weil wir auf den Geldfluss warten müssen. So, hier kommen gleich die zwei Panzer. Und hier oben dann der andere Typ wieder. Genau, da kommt jetzt der. Alle Panzer, die ich habe, da drauf. Okay, man sieht, er macht Flächenschaden, aber wir halten es halbwegs aus. Ah, jetzt habe ich Panzer gebaut. Das kommt ähnlich mit Panzer, weil er denkt, es wäre ein Verlustgeschäft oder es wäre nichts zu schaffen oder wie. So. Haben wir jetzt hier mal unsere Standpunkte geklärt. Ah, jetzt kommt da der zweite Panzer. Ich brauche als nächstes die Werkstatt. Mit dem Panzerverkundungstour fahren, eine selten dämliche Idee. Aber das setzt jetzt voraus, dass uns eh gerade keiner angreift. Vielleicht finden wir da unten, wie gesagt, noch ein bisschen, was wenigstens. Sonst wird das hier gleich ziemlich ekelhaft. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, Gott. Ei, 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 ei. Es beruhigt, also es beruhigt mich und gleichzeitig beunruhigt es mich, weil wenn es heißt, wir kriegen hier noch so viele Rohstoffe, werden die uns richtig hart einen mitgeben. Oder noch richtig hart einen mitgeben. Ah, warte mal, ich überlege, aber ich bin mit der Werkstatt, glaube ich, nicht ganz so d'accord. Ich würde eher lieber nochmal in der Raffinerie reden. Komm, vergiss das wieder. Lieber eine Raffinerie. Lieber noch etwas mehr Geld dazu verdienen. Achso, muss ich eigentlich auch alles zerstören? Oder, äh... Sehen Sie nordwärts und stellen Sie Kontakt mit ihm her, okay. Aber wahrscheinlich muss ich dann auch alles zerstören. Das heißt, hier die Geschützimmer, als wir vorhin noch dran glauben. Aber das ist hier noch ein bisschen größer tatsächlich. Und diese Flammpanzer, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder sagen wollte, aber die machen anscheinend auch sehr unschnellen Flächen schaden. Lauf, 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 lauf. Damit war zu rechnen. Jetzt fahr hier keine extra Runden, sondern komm ran, lad aus. Das könnte reichen für ein zweites, für das zweite Ding. Und danach Panzer nochmal bauen. Und danach dann andere Sachen. Äh, ja genau, äh, aber was ist die Frage? Nach den Panzern, gut, die Werkstatt, Radar, solche Sachen hätte ich dann eher angezielt. Jetzt kommt da schon wieder einer. Jawohl, Sir, verständlich. Du sammelst hier, du sammelst hier. Du sollst dich bewegen, damit er hier in die Reichweite von den Türmen fährt, aber das ist es gerade eh schon wieder verloren. Nein, wir brauchen als nächstes auf jeden Fall Panzer. Sonst habe ich hier gleich wieder keine Verteidigung mehr. Ich habe einen gelben Panzer, einen roten Panzer, also was die Gesundheit anbetrifft natürlich. Und einen Grenadier, der schon stirbt, wenn ihr nur einen anderen anschaut. Ist das hier wieder was zum Zerstören? Ne, dieses Mal nicht. Eine Musikfabrik, ja gut, die dürfen wir natürlich nicht zerstören, das verstehe ich. Oder vielleicht sind in der Musikfabrik irgendwelche Schätze, irgendwelche Instrumente, die wir für Credits verkaufen können oder so. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich bin sehr verzweifelt, wenn ich darüber nachdenke, eine Musikfabrik oder Musikschule einzuwalzen oder mich irgendwoher Credits bekomme. Das möchte ich hier gar nicht abstreiten. Ne, du bleibst da, du fährst mal nach dort hinten. Wo seid ihr denn lang gelaufen? Und ausgerechnet, okay, ne, ich habe hier schon einen Turm, aber es könnte sein, dass sie das Kraftwerk beschießen wollen. Und ausgerechnet, okay, ne, ich habe hier schon einen Turm.